Hochschule Landshut reist mit Kindern auf den Mars. Zur Kinder-Uni am Donnerstag machte Professor Tim Rödiger den Traum vieler kleiner Entdecker wahr. Wie kommt man auf den Mars, wie lange dauert die Reise und wie wird man eigentlich Marstronaut? Diese und viele andere Fragen einer der spannendsten Reisen der Menschheit wurden in der Vorlesung im Rahmen der sogenannten Kinder-Uni anschaulich erklärt. Die Idee ist, die Kinder so früh wie möglich in kleinen Schritten an die Wissenschaft heranzuführen. Ich selbst habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und habe immer geträumt, schon als Kind von anderen Planeten. Ich habe alle Zeitungsartikel zu Planeten gesammelt, zu Sternen und so weiter. Und deswegen wusste ich genau, das ist ein Thema, was mich immer interessiert hat. Und so habe ich hier im Prinzip meine eigene Wunschkinder-Uni gemacht, so wie ich es gerne selbst hätte. Übrigens, mit ihrer eigenen Immatrikulationsnummer können die 8- bis 12-Jährigen durch fleißiges Stempelsammeln in verschiedenen Fachbereichen eine Bachelor- und sogar eine Master-Urkunde bekommen. Das habe ich richtig ausgesprochen, hoffe ich.